Ich zeige euch nun die siebte Version des Brooks Ghost und das in einer Farbkombination, die es exklusiv nur bei Runners Point gibt. Er gehört in die Kategorie der Neutralschuhe, ist aber ein echter Allrounder mit einem großen Einsatzbereich. In der neuen Version ist die Zunge im Obermaterial mit einem Sandwich-Mesh-Gewebe versehen, wodurch die Atmungsaktivität erhöht wird. Das adaptive Dämpfungssystem DNA vom Brooks ist auch im Ghost integriert. Es bedeutet, dass sich das Material während der Belastung dem Druck und der Geschwindigkeit des Läufers individuell anpasst. Die Flexkerben im Vorfußbereich wurden optimiert und lassen den Ghost noch dynamischer abrollen. Sanft eingeleitet wird die Abrollbewegung durch ein Crashpad im Fersenbereich. Absorbiere doch deinen nächsten Lauf auch mal mit dem Brooks Ghost 7. Und wie gesagt, diese Farbkombination gibt es nur bei Runners Point. Also ab in eine unserer Filialen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.